Musik Wie langsam, wie langsam kommt die Schneck von ihrem Fleck. Sieben lange Tage braucht sie von dem einen Weg zum anderen. Ei, wie langsam, ei, wie langsam kommt die Schneck von ihrem Fleck. Potsdam wollte ich schneller laufen, denn alle lieben Leute räumen auf heute. Wer will fleißige Aufräumen sehen, der darf zu uns Kindern gehen. Schaut nur her, schaut nur her, das Aufräumen ist gar nicht schwer. Schaut nur her, schaut nur her, das Aufräumen ist gar nicht schwer. Hände waschen, Hände waschen, wir waschen Hände. Wir trocknen die Hände ab, wir trocknen sie ab. Jeder hat ein Schüsselein. Goldtröpfchen, Goldtröpfchen, mit dem kugelrunden Köpfchen. Goldtröpfchen, komm in meine Hand und mach sie weich und sanft. Goldtröpfchen, Goldtröpfchen. Zisch, 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 der Tischler hobelt glatt den Tisch und ölt ihn danach ein. Zisch, 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 Zisch Letzchen, Letzchen, soll's nicht wandern, von dem einen gehen zum anderen. Still, 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 weil unser Lichtlein leuchten will. Ein Brüderlein und ein Schwesterlein, die wollen so gern beieinander sein. Erde, die uns dies gebracht, Sonne, die es reif gemacht. Liebe Sonne, liebe Erde, euer nie vergessen werde. Wir reichen uns die Hände nach guter Alter Sitt und wünschen uns zum Essen recht guten Appetit. Wir reichen uns die Hände, das Essen ist zu Ende. Dankeschön hat gut geschmeckt. Schurzengel mein, behüt mich fein. Tag und Nacht, früh und spät, bis meine Seele zum Himmel eingeht. Schurzengel mein, behüt mich fein. Schurzengel mein, behüt mich fein. Untertitelung des ZDF, 2020